Jonas Sterner, heute ist Gegenteiltag. Ich stelle dir jetzt drei schnelle Fragen und du musst mit dem Gegenteil beantworten. Wie lief die Vorbereitung bisher? Schlecht. Wie heiß seid ihr auf das erste Spiel im neuen Jahr gegen Fürth? Überhaupt nicht. Und was habt ihr euch für die Rückrunde vorgenommen? Alles verlieren. Danke.